wenn wir uns wieder auf und sei es wie wir in meinem Club mit den lieben Gigi er hat die Kette wir haben raus jetzt die BD fertig gemacht auch Dach wieder besser geworden als kann eben habe ich nicht beendet hat der Liebe Gigi gemacht hier ist unser Wasser wenn ich mir und so machen wie ich das ne man kennt ihn hier ist mein Bett hier ist unser Ofen Bündelstrich ja ja egal ich habe das haben auch noch die Bündelsträger das ist ein Eintritt Allerner Schmelzofen noch ein bisschen und ich habe das was ich gerade gesagt dass das wichtig ist ich habe ein einziges Buch kann auch was ist das was ich weiß glaube ich bin und unsere Felder kann auch noch mal zeigen gleich publika das aus okay egal wenn man ja ja die kisten kommen so und vorsitz geschickt mann warum man schnell die kisten das war die sparen kann sich nicht aufbauen und und nicht verheiratet werden aber ich habe zwei Kisten ach so was okay dann aber auch wenn die Kisten ich hab die Erdmann nicht da wo denn die andere muss die andere muss hier also da war es aber auch die Einladung ab da hat er sich da so was man wollen was er hat er ist die Kiste was ist hier und da kann ich du kriegst eine Kiste ich eine Kiste und dann machen wir noch eine ganz ehrlich ich hab einfach bunte Sachen ich schmeiße aber alles in einer Kiste ich weiß nicht was zu ihm gehört mir also äh ne das geht uns bei mir alles aber nicht in die Händler nicht in die Händler dann brauchen wir eine neue Kiste die ist voll ja auch ich mach mal okay und zwar hier also haben wir viel Scheiße warte nein deswegen wollte ich es machen reicht das jetzt oder? ich hab noch ein paar Sachen ich auch zum hinstellen hier ja Falsch gar kein Fahnden die Klinik was ich die bitte? ja hast du doch, hab ihn geschmissen die Glocke einfach zum abpacken das wird unsere Klingel das wird unsere Klingel ach genau hier ist unser Feld noch wo nix angepflanzt ist ja das ist nur Feld das scheint so warte ich gucke sieht okay aus ich mach ein Schild hin bitte klingeln ich mach ein Schild hin ich mach ein Schild hin ich hätte die Schilder klingel mal gleich bitte ich mach mal auch noch auf wenn die drinnen hört klingelst du gleich einmal? klingelst du gleich einmal? ach 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 ich muss mal einmal kurz um die Schilder hier gut Tür zu machen Tür zu machen nach Fackmann ich habe das Schilder Kinder eine kurze die App und kann eben bei immerhin die Kinder man hat die tatsächlich aber immer zum Zettel an Wagen gleich und wenn es man hört ja auch ich freu ja das ich auch wir fahren wir noch ein bisschen holz ne ja aber nicht aber weiter weg ja das wollte ich halt machen ich will ein bisschen weglaufen dass wir jetzt ein bisschen mehr holz haben ach ja das können jederzeit Leute beitreten okay gut egal aber ich hab aber du hast als einziger cool ich hab recht ihr mann ich bin hier weil ich bin was besonderes als euch alle spaß nein wo es gibt einfach keinen Fall der nach oben zeigt geil es gibt keinen Fall geil Leute weglaufen ein bisschen nur ein Fall der nach oben zeigt wow geil geil hier ist man wieder einfach kein Holz leere Fläche das war so ein Volker aber okay okay hi guys ich bin wieder nicht online ich gucke einfach mitten wo ich ja geil ich glaube wir alle an die Kiste was er macht okay ich glaube wir müssen uns ein einziger Lager machen ja 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 wie voll krass die krass meine Bewegung ich brauche jetzt endlich mal das Haus fertig ja es ist ja schon riesig fertig aber ja und wie die sind auch alle umschnitten da weil diese so schnell wie möglich für euch ja sowieso wie möglich schaffen und am besten umgeschnitten dass es einfach alles Real ist und kein Fact ist Wir würden ja niemals faken, ne? Nee. Nee, gar nicht. Also, ich würde nicht faken. Arbeit ich dich. Nicht. Das Haus ist gleich fertig. Ja. Ja, wir müssen noch mal ein Dorf hin, wegen den Büchern. Ja, wäre gut. Wir haben hier ja jetzt einen Sporn. Ja. Oh, ich hab gar nichts mehr. Doch. Oh mein Gott, ich hab nichts mehr. Cool. Lass aber die Tiere bitte hier leben. Ja. Damit sich nicht verändern. Wir brauchen auch einen Garten. Also, wir brauchen auch einen Garten. Ja. Dings. Einen Zaun, wo Tiere... Ich komm jetzt mal zurück. Ich sag, ich hab jetzt ein Stack Holz. Ja, das ist aber auch in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn ihr bessere Ideen habt, dann schreibt sie... In die? In die Kommentare. Und was war das Video? Dann schreibt sie in die Videobeschreibung, wollte ich gerade sagen. Hm. Das geht nicht auch. Nein, geht nicht. Ja. Ich hab das Spiel verstanden. Alter, nein. Krass, dass du verstanden hast, wie das Spiel geht. Krank, Alter. Boah, Alter, bin ich krank. Ja, wir haben halt noch nicht Wasser, egal. Mann. So, die Kiste ist auch schon wieder heranrangen. So, die Kiste ist auch schon wieder heranrangen. Gleich haben wir Glück und ein... Fuck, Mann! das ist scheiße ich gehe bis auf entdeckungsreise vielleicht finde ich noch ein zuckerrohr und das sogar war ja nicht größer ich weiß nicht warum und das ist gar nicht Prozent und wir haben und dort wird es länger wenn wir auf den Verkippenden gefangen das war ein Wettbewerb und die Gäste mehr das war ein ein anderer Zerrungen die Heizkartner Sput. Ich schaufel. Chani? Liebst du noch? Ja, bin noch da. Ich dachte, ich bin tot, deswegen fragte ich halt nur nach immer so, ne? Hä? Aber warum? Fuck. Mal live. Das ist ein Duli. Ich rede halt noch mal nicht aus. Okay. Ich würde sagen, das war's noch nicht mit dem Video. Ich hab wohl Glück geschafft. Oh scheiße, ich hab auch so ein Schweine geburt. Ich werde mal kurz dein Feld ein bisschen umbauen. Mach das. Sag ich, das gefällt dir einfach nicht. War mir klar, das ist mir nicht gefällt mir. Also diese, was das so komische Erdnungen gebaut. Für die Meloner. Oh. Oh. Dein erstes Feld. Nein. Das ist nicht so geil. Nein, 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 nein. Okay, ich hoffe. Dass das singt. Ja. Du brauchst, warum, 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 warum. Nein. Spaß. Nein, 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 darf auch. Du hast sogar ordentlich wiedergefunden. Ja, 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 hallo. Hepp. Oh Gott. Ich geh auch nach unten. Ja. Ich hab immer zu fischigiert. Das darf man nicht. Boah, hier ist noch so der Drunner, die müssen wir immer töten. Ja. Na. Ich hab mein Schwert fallen gelassen. Ich hab ein Latscher. Ich hab mein Schwert in Wasser geschmissen. Hä? Mein Schwert, mein Schwert. Ah, Glück gehabt. Woll. Wo bist du? Irgendwo. Wir müssen irgendwann auch noch meinen Pfeffelax spielen. Ja. Wir müssen irgendwann auch noch meinen Pfeffelax spielen. So, also. Sie sind bei uns immer so viel der Drunner. Weiß ich halt nicht. Also so heißen die... Soll ich meine Kiste hier hier machen? Vorher auszuschreiben. Spenden, ne? Okay. Okay, ich lass es. Oh fuck, ist wirklich nackt, ne? Oder? Ja. Hey hey hey. Sanfte, Vitus? Ja, was hast du kaputt gemacht? das das ist nachher wenn sie wüssten ich komme nach Hause meinte die Lechter neid bin ich da man sagt ich habe mich überlegt er hat mich töten 1 das ist ein was dann dann der herzlichen ich bin da jetzt ich bin nicht tot deswegen ich bin Das ist echt verrückt. Das ist so gut. Was hast du gemacht? Also ich hab das nicht gemacht. Nicht töten! Nicht töten! Nicht rauslassen! Alter! Meine Eltern, uns ist sogar rausgewachsen! Um einen höher! Ja, ist das nicht cool? Ja, ne? Ich muss deinen Namen schön machen. Weiß ich nicht. Ja, ne? Keine Handlung, weil der... So, wir haben unser erstes Ausstuhl bekommen hier. Wie geht ein Ausstuhl? Musst du ausprobieren? Ich hab mal ein bisschen nach Heuschland. Wann sollst du die auslässt? 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 Ich weiß nicht, wie sie nachher geht. Cool. Wie ist sie irgendwie am Problem? Alter! Schäm dich! Okay, ich weiß, wie sie geht. Oder? Hä? Welche die auslässt? Was sollst du die auslässt? Was sollst du die auslässt? Kann man das überhaupt herstellen? Keine Ahnung. Warte, ist das das Süßeste in den Haustjahren? Ja, voll. Mach doch's. Juck wie ein Scheißdreck. Toll. Ja, muss man, ne? Immer wenn ich ein Scheißdreck sehe, mein Geht denke ich an dich. Hahaha, die Tiefkiss ist voll. Ja. Was wenn die Schüsse gespawnt? Cool. Äh, kacke. Was? Was? Kacke. Kacke. Die spawnen. Ich hab grad sie gesteemt spawnen. Aber warum guck mal nicht spawnen bei uns? Ich hab ja die dummen... Nee, dann geht's mal nicht. Ist sie da? Nein. Hier hab ich. Weiß auch nicht. Die Kiste ist voll. Ja, guck da rein, die Kiste ist voll. Guck mal. Trotz. Was? Weiß nicht, die schlägt, die schlägt, die schlägt, die schlägt. Guck mal. Guck mal, ich weiß nicht was, was da schlägt. Und ich schlägt bei mir. Oh! Ich schlägt bei mir. Bitte nicht. Oh! Schildkröte, geht es hier gut? Nein, wir sind nicht chill. Oha. Guck mal, hier geh auf Boden. Ich geh auf Boden. Okay. Was wollen wir mal machen? Mach mal, ich wollte was... Ich wollte noch... Versandfarmen wollte ich gehen. Auf keinen Ha-Wing, keine Ha-Wing. Keine Ha-Wing. Keine Ha-Wing. Ich mach mal ein paar Pick-Echse. Herein! jetzt gehe ich ein bisschen schön was haben am besten beim feuer naja naja hier ist die Schildkröte bei mir wo wo bist du bei mir ja da bist du keine Ahnung die sind so zwei warte kurz warte kurz die eine gegen Fasser und guck über dir warte wo ist unser Haus wir müssen da lang laufen hier lang dann sind wir gleich zu Hause wir nehmen dich mit wow wow ich zieh nicht ach schrecklich hier reicht einer ja ja das ist ja ja das ist ja das ist ja das ist ja das ist doch die Erde gefarmt und Sand reicht das nicht nein das ist gut ja ne weiß ich nicht ich mache weiter ein paar mal das ist das ist das ist das ist tot cool ja her Schöner und 1 ich habe den Schädel einfach aufdreht wenn man die andere guckt, sie sieht die andere ja oh egal, dass ihr mich an den Schädel jetzt genau ich brauch kein Sand sogar cool in der Kiste ich habe einfach mehr Erde als Sand naja ja cool da würde ich nicht reden weiß einfach nicht warum ernsthaft, warum benutzt du sie einfach nicht? labra nicht, es geht einfach Ich weiß nicht, was ich so schön ausgesehen Ich werde mir die Schulschritte deutlich anders Also in dieser Folge haben wir wirklich nichts geschafft Doch Ja, was denn? Okay, Schildkröle Und sonst gefarmt Und? Zucker war noch höher gewachsen Das auch noch höher gewachsen Ja Schildkröle 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 Ja Schildkröle Schildkröle nicht mehr vor Ort so gut von dem Grundzeug grün machen ein Graf machen die Schöße was martin immer einen abteil ja ich will sie bis hier ein kleines stück hier mein Leben ich mach das auch noch mit klein ein bisschen so ist gut ja ne ja da haben wir gerade alles genommen sie soll dann ein Weik und zwei Weik und da soll überall sein das handelt sich am einen an drei um gleich Aua, wundervoll, was ist das für eine Frage? sie sieht gut aus ja hast recht die kakaos wir sind fertig machen vertrauen wir wenn es kakao sieht er mache ich es warte alles gut nein nicht geil guck mal so als abstrahnung von stalker guck mal konto schon und so anstellen morgen bekommst du wieder euro euro für machen das video hier wenn sie grün ist noch schöner und ich denke der weg ist noch da alles gut aber noch war ja dann haben wir noch länger heizung länger machen heute erst wolltest du nicht länger machen ich weiß nicht schön ja wenn wir hier sind das weiß ich nicht guck mal in meiner kamera bitte rein genauso stehen bleiben auch wieder ein bisschen mehr spart dieser part ist jetzt auch beendet bis dann haut rein müssen jetzt mal eurofixer ist weg er hier dann bei